Die führte mit Grün und nicht. Die führte im Blau. Steine Attacke! Und jetzt geht's. Die Strafung der Gäste ist in der Kaffee. Wenn ihr nicht verwirrt seid, auf den Kampf 08.38, folgen als nächster der Kampf 08.60. Also, bitte keine Verlögerung, die Kämpfe sind zusammen im Systemverschwindel und Sportler, aber nicht. Wir folgen 08.68 als nächstes, die bereiten sich jetzt vor. Wir haben jetzt vorliegt, aus Luftfahrt innen gegen Kurz, nachher Bötschow-Karlheim. Es bereitet sich vor, Kampf 08.69, Aschid Hamur an die Neustadt gegen Modulo Hattig, Lulao. Es bereitet sich vor, Eck Nr. 70, Timo, durch die Spiegel in Leipzig gegen Oliver Schwartel, Lulao. Das war scheiße drin. Auf meinen Halt. Wie sie jetzt. Vielen Dank.